Hallo Leute und willkommen zu diesem ersten Video, was ich hier auf YouTube hochlade. Und ihr seht euch im Hintergrund schon ein Video, das ich mal gemacht habe. Und ja, falls ihr es mögt, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren, weil ich wollte, also nicht schon immer, aber ich möchte sehr gerne YouTuberin werden. Ja, und viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wie ihr auch schon seht, werden wir heute mal nicht Roblox spielen, sondern wir werden einfach mal malen. Und zwar einfach ein Weihnachtsbild, so zu sagen. Und dann brauche ich erstmal ein Blatt Papier. Hier ist zwar nicht so leicht zu zeichnen oder zu malen, weil man hier halt so ein Pad und so ein Stift hat. Und das funktioniert auch ganz, aber es funktioniert. Und das ist ja die Hauptsache und ich werde jetzt wahrscheinlich nicht so viel reden, aber ich mache euch hier einfach Musik an. Erstmal ist das hier weg. Eine neue Ebene. Okay, ich mache einfach mal so acht. Das sollte wahrscheinlich reichen. Dann sollte es eigentlich auch leichter sein. Ja, okay, das ist schon mal deutlich besser. Dann fangen wir jetzt mit dem Körper an. Ja, das Bein ist etwas zu kurz. Jetzt kommen die Arme. Dann ist der Körper schon mal fertig. Und ihr könnt rauszoomen. Dann müsste der Körper eigentlich ungefähr so aussehen. Einmal kurz einen Fehler gemacht. Kann ja mal passieren. Okay. Dann haben wir hier immer noch acht Ebenen. Nur dieser Ebene hier ist halt jetzt hier ganz unten. Hier habe ich den Bleistift. Dortmit mache ich jetzt... Erst mache ich die Augen hier. Und dann kommen jetzt aber die Haare. Ja, okay, so nicht. Und dann mache ich jetzt hier weiter mit den Haaren. So, dann sind hier auch schon die Haare fertig. Das ist die Gesicht und die Ohren. Dann kommen jetzt die Klamotten. Und so. Und hier am Hals. Da ist mich noch etwas mehr dran. Dann ein bisschen auszoomen wieder. Hier einfach wieder auf einzoomen. Damit ich gleich nichts mehr machen muss. Und wieder hier auf 20. Und dann komme ich hier auch noch so... Ah, nein, nein. Hier auf der gleichen Seite auch. Und dann sehe ich hier so... Und hier so ein Herz. Ich komme hier so stricheln. So, so auch. Das sind dann halt andere Socken. Und dann kommt hier noch so ein Logo hin. Aber ihr könnt auch einfach euer eigenes machen. Und dann ist die Zeichnung schon mal fertig. Jetzt fehlt nur noch das Ausmalen. Worauf ich gar keinen Bock habe. Das kommt dann noch hier hin. Äh, nee, 4 brauche ich nicht. Kommt dann hier hin. In eins. Kommt unter eben zwei. Und eben auch blödlödlödlödl. Äh, das kommt hier hin. Dann kann man hier anfangen auszumalen. Ich nehme einfach mal den Stift hier. Das ist jetzt hier für eben 8. Dann brauche ich hier noch so eine Hautfarbe. Ja, dann sind die Augen hier auch schon fertig. Das war jetzt nicht so viel dran zu ändern. Okay, so sieht es schon mal gut aus. Das war's für heute. das hier einsetzen dann ist man eigentlich auch schon fast fertig oh, ich brauche